Was wäre, wenn Lord Voldemort Salazar Slytherin wieder auferstehen ließe? Das und mehr, jetzt in diesem Video. Heute werfen wir einen Blick auf ein hypothetisches Szenario. Was wäre geschehen, wenn Lord Voldemort erfolgreich gewesen wäre, in dem Versuch, einen der Hogwarts-Gründer und dabei einen der mächtigsten Zauberer seiner Zeit, Salazar Slytherin, wieder zum Leben zu erwecken? Dieses Video eröffnet eine völlig neue Handlungsebene und ich freue mich, euch wirklich das vorzustellen. Wenn euch das Video gefällt, gebt ihm unbedingt einen Daumen nach oben. Lasst uns also nicht lange zögern und gleich zur Sache kommen. Lord Voldemort hat stets die Grenzen der Magie weiter ausgelotet. Er hat sie revolutioniert. Durch die Schaffung von Horcruxen hat er einen neuen Standard gesetzt. Er hat zahlreiche Zauber und Flücher entwickelt und war auf dem Gebiet der dunklen Magie sehr versiert. Er schaffte sogar, wovon Grindelwald nur träumte, indem er eine Armee von Inferi erschuf, die er übrigens nicht einmal benutzte. Wenn er also all das erreicht hat, ist es durchaus möglich, dass die Kunst der Wiederbelebung nicht für ihn ausgeschlossen war. Selbst wenn es nicht möglich wäre, ist dies ein Was-wäre-wenn-Video und ich behaupte, es ist möglich, also lasst uns weitermachen. Als Schüler war Tom Riddle selbst der Erbe von Slytherin und hatte sich vorgenommen, Salazars Vermächtnis fortzuführen, wie er es nannte. Er wollte alles verkörpern, was Slytherin ausmachte, bis er merkte, dass er natürlich viel mehr tun konnte und begann, dies umzusetzen. Ein Teil seines Siegesplans war die Abschaffung aller Häuser von Hogwarts, außer natürlich dem von Slytherin, wo nur noch reinwürdige Schüler zugelassen werden sollten. Angenommen, ein weiterer Teil seines Plans bestand darin, Salazar Slytherin wiederzubeleben. Dies wäre ein äußerst komplexes und gefährliches Ritual, bei dem Voldemort einen Teil seiner Lebenskraft in den eigentlichen Zauber einfließen lassen würde. Es handelt sich um urtümliche Magie, extrem dunkel und alt, etwas, wonach Voldemort gesucht hatte. Nun, nicht nur hatte er die Macht, Leben zu nehmen, um zu verlängern, sondern er kann sie auch wiederbeleben. Auf diese Weise gelingt es dem Dunklen Lords, den Geist von Slytherin wiederzubeleben und ihn in einen rudimentären Körper zu stecken, ähnlich dem, den er einst hatte, indem er Naginis Gift und Einhornblut verwendete. Er verwendet eine abgewandelte Version des Wiedergeburtszaubers und nutzt dabei die Knochen Slytherins. Nachdem er die Knochen von Slytherin aus seinem Grab geholt hatte, was einige Zeit in Anspruch nahm, führte Voldemort erfolgreich den Wiedergeburtszauber durch und Salazar Slytherin ist wiedergeboren. Dies wird eine tiefgreifende, einflussreiche Sache sein auf die Zaubererwelt und ihre Geschichte wird sich durchaus dadurch verändern. Voldemort hätte wahrscheinlich versucht, Slytherins Ruf und Einfluss zu nutzen, um seine eigenen Ziele und Ideologien voranzutreiben. Slytherins Ansichten über die Überlegenheit von Rheinbütern stimmen mit Voldemorts Überzeugungen ziemlich doll überein. Und Slytherins gerissener und strategischer Verstand hätte dem Dunklen dort von großem Nutzen sein können. Die Reaktion der Zauberergemeinschaft auf diese Entwicklung wäre jedoch wahrscheinlich gemischt gewesen. Einige würden darin einen Verrat an den Werten der Zaubererwelt sehen, während andere darauf hofften, dass die Rückkehr von Slytherin in die Gemeinschaft ihn möglicherweise von seinem dunklen Weg abbringen könnte. Dies hätte zu Spaltungen und Konflikten innerhalb der Zauberergemeinschaft führen können, da die Individuen gezwungen gewesen wären, sich für eine Seite zu entscheiden und ihre Überzeugungen und Werte neu zu bewerten. Im Hinblick auf den größeren Konflikt zwischen den Mächten des Guten und des Bösen hätte ein Bündnis von Voldemort und Slytherin ihm einen bedeutenden Vorteil im Krieg verschaffen können. Slytherins Gerissenheit und strategischer Verstand, kombiniert mit Voldemorts Macht und Einfluss, hätten sie zu einer gewaltigen Macht werden lassen können, mit der man rechnen müsste. Einige wären möglicherweise skeptisch gegenüber Slytherins Absichten und sahen seine Wiederkehr vielleicht nur als Mittel für Voldemort, um seinen Einfluss in der Zaubererwelt zu festigen. Das Zaubereiministerium würde sich gezwungen sehen, in dieser Angelegenheit auch Stellung zu beziehen. Entweder um Slytherin und Voldemort zu unterstützen, oder sich gegen sie zu stellen und sich mit den Kräften des Guten zu verbünden. Dies hätte zu weiteren Spaltungen innerhalb der Zauberergemeinschaft führen können, da die Individuen nicht nur gezwungen wären, Partei zu ergreifen, sondern auch diese Entscheidungen umzusetzen. Die Rückkehr von Slytherin hätte wahrscheinlich das Gleichgewicht der Mächte zugunsten von Voldemort und den Kräften der Dunkelheit verschoben. Slytherins Raffinesse und strategisches Denken gepaart mit Voldemorts eigener Macht, hätte sie unbesiegbar erscheinen lassen und als eine Kraft, mit der man rechnen müsste, auftreten lassen. Die Zaubererwelt hätte möglicherweise Schwierigkeiten gehabt, überhaupt einen Handlungsplan in Betracht zu ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Wiederbelebung ein komplexes und kontroverses Thema ist und die Methoden, mit denen Slytherin zum Leben erweckt werden sollte, hätten unvorhersehbare Folgen, die selbst von Voldemort und Slytherin nicht vorhergesehen werden konnten. Eine weitere Herausforderung für die Zauberergemeinschaft wäre die Frage der Kontrolle. Slytherins Ansichten über die Überlegenheit von Rheinbütern stimmen mit Voldemorts eigenen Überzeugungen überein und zusammen hätten sie ein erhebliches Maß an Kontrolle über die Zaubererwelt ausgeübt. Dies könnte zu einer Verschärfung der Einschränkungen und Restriktionen für diejenigen geführt haben, die nicht ihrer Definition von Rheinbütigkeit entsprachen und die Zaubererwelt hätte zu einem weitaus bedrückenderen Ort werden können. Der Orden des Phönix hätte zusammen mit anderen Gruppen, die gegen Voldemort kämpften, vor der schwierigen Aufgabe gestanden, sowohl Slytherin als auch Voldemort zu bekämpfen. Die Wiederkehr von Slytherin hätte die Situation noch komplizierter gemacht und es ist wahrscheinlich, dass die Dinge eskaliert werden und zu noch mehr Zerstörung und Verlust von Menschenleben geführt hätten. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die Welt der Zaubereien Ort voller Überraschungen und unerwarteter Ereignisse ist. Die Wiedererweckung von Slytherin mag ein bedeutsames Ereignis gewesen sein, aber es ist auch möglich, dass andere unerwartete Ereignisse eingetreten sind, die den Verlauf des Krieges und die Zukunft der Zaubererwelt völlig verändert haben könnten. Zum Beispiel könnten die Todesser, einst treuer Anhänger von Lord Voldemort, sowohl Voldemort als auch Slytherin die Treue geschworen haben. Dies hätte zu einer noch größeren und besseren organisierten Gruppe von dunklen Zauberern geführt, was es für den Orden des Phönix und andere Gruppen, die sie besiegen wollten, noch schwieriger gemacht hätte, sie zu bekämpfen. Darüber hinaus könnte die Wiederbelebung von Slytherin andere dunkle Zauberer inspiriert haben, andere mächtige dunkle Zauberer aus der Vergangenheit zurückzubringen, was zu einer noch größeren Dunkelheit geführt hätte, die sich der Zaubererwelt entgegenstellte und die Magie in eine düstere Richtung geführt hätte. Dies hätte zu einem endlosen Kreislauf von Wiederbelebung und Niederlage führen können, wobei jeder neue dunkle Zauberer, der wiedererweckt wurde, nur dazu gedient hätte, den Konflikt zu verschärfen. Ich weiß, es klingt vielleicht etwas übertrieben, aber wie man so schön sagt, wenn man die Büchse der Pandora öffnet, hat das auch Konsequenzen. Es ist möglich, dass die Wiederbelebung von Slytherin Auswirkungen auf die Muggelwelt gehabt hätte. Die Welt der Zauberer und die Welt der Muggel waren schon immer voneinander getrennt, also nicht schon immer, aber eine geraume Zeit. Aber wenn der Krieg zwischen den Mächten des Guten und des Bösen eskaliert wäre, wäre es möglich gewesen, dass auch die Muggelwelt involviert gewesen wäre. Dies hätte zu noch mehr Zerstörung und Verlust von Menschenleben führen können, da die Ereignisse neue Höhen erreichen würden. Des Weiteren hätte die Rückkehr von Slytherin Auswirkungen auf die magischen Geschöpfe in der Welt der Zauberer gehabt. Slytherin war für seine Gerissenheit und Manipulation bekannt und es ist möglich, dass er seinen Einfluss genutzt hätte, um magische Geschöpfe für seine eigenen Zwecke zu kontrollieren oder zu manipulieren. Dies hätte zur Ausbeutung und Misshandlung dieser Kreaturen führen können, etwas, das Voldemort bereits praktiziert hatte. Ich bin mir nicht sicher, wie er auf die Idee reagiert hätte, das Rampenlicht mit Slytherin zu teilen und sogar Aufgaben an ihn zu delegieren, selbst wenn Slytherin bereit gewesen wäre, solche Aufgaben zu übernehmen. Es ist jedoch durchaus möglich, dass sich die Todesser dieser neuen dunklen Allianz angeschlossen hätten. Trotz dieser potenziellen neuen dunklen Allianz hätte es jedoch zu einer Spaltung in den Reihen kommen können. Obwohl sie anfangs hinter der Idee standen, einen so mächtigen und einflussreichen dunklen Zauberer zurückzubringen, ist es möglich, dass die Realität der Rückkehr von Slytherin ganz anders verlaufen wäre, als sie es sich vorgestellt hatten. Slytherin mag seine eigenen Ziele und Absichten gehabt haben, die im Konflikt mit denen von Voldemort und den Todessern standen. Außerdem war Slytherin, wie wir alle wissen, für seinen Glauben an die Überlegenheit der reinbütigen Zauberer bekannt. Und es ist möglich, dass dieser Glaube zu weiteren Spannungen und Unbehagen geführt hätte, da viele Mitglieder der Zauberergemeinschaft, die nicht reinbütig waren, sich bedroht und ausgegrenzt gefühlt hätten, was zu weiteren Spaltungen und Unruhen geführt hätte. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Wiederbelebung Slytherins Auswirkungen auf das Bildungssystem der Hogwarts-Schule für Exzerei und Zauberei gehabt hätte. Slytherin war einer der vier Gründer von Hogwarts und seine Rückkehr könnte zu einem Wiederaufleben der Werte und Überzeugungen Slytherins in den Lehrplänen und Lehren der Schule geführt haben. Dies könnte zu einer neuen Generation von Zauberern geführt haben, die sich Slytherins Ansichten über die Überlegenheit der Reinbüter anschließen, was zu weiteren Konflikten und Spaltungen mit den jüngsten Hogwarts-Absolventen führen könnte. Es ist auch möglich, dass die Wiederauferstehung Slytherins die Art und Weise verändert hätte, wie Magie eigentlich praktiziert wird. Er war für seine innovative und einzigartige Herangehensweise an die Magie bekannt und seine Rückkehr könnte möglicherweise eine neue Generation von Zauberern dazu inspiriert haben, neue und alternative Wege der Ausübung der Kunst zu erforschen. Dies könnte zu einer Wiederbelebung längst vergessener Zaubersprüche und Beschwörungen führen und eine neue Ära der magischen Erforschungen und Entdeckungen einläuten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wiederauferstehung von Salazar Slytherin durch Lord Voldemort weitreichende und komplexe Konsequenzen für die Welt der Zauberer gehabt hätte. Auch wenn der Gedanke, einen so mächtigen und einflussreichen dunklen Zauberer wiederauferstehen zu lassen, anfangs ziemlich verlockend erscheint, wäre die Realität der Rückkehr Slytherins ganz anders gewesen als das, was man sich vielleicht vorstellt. Die Zaubererwelt wäre in vielerlei Hinsicht beeinträchtigt worden, angefangen von den Beziehungen zwischen verschiedenen Mitgliedern der Gemeinschaft bis hin zum Bildungssystem und der Art und Weise, wie Magie eigentlich praktiziert wird. Es ist unmöglich, genau vorherzusagen, wie die Zukunft in dieser alternativen Realität verlaufen wäre, aber es ist klar, dass die Folgen von Slytherins Wiederauferstehung weitreichend und tiefgreifend gewesen wären. Und da habt ihr es. Das ist meine Meinung und mein Video dazu, was passieren würde, wenn Salazar Slytherin wieder zum Leben erweckt werden würde. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.